Von neuen konfliktengeprägten Welt, das Versprechen von Friedensicherheit und Wohlstand tatsächlich erfolgt. In Ihren verschiedenen Ämtern haben Sie mit großem Nachdruck dafür gearbeitet, die Welt zwischen Politik und Bürgern, zwischen Regierenden und Regierenden nicht größer werden zu lassen. Die Repräsentation heißt auch im Europäischen Parlament, von neuen konfliktengeprägten Welt, das Versprechen von Friedensicherheit und Wohlstand tatsächlich erfolgt. In Ihren verschiedenen Ämtern... Also ich habe inzwischen mindestens drei Gläser Wasser getrunken, das hat offensichtlich gefehlt. Und insofern geht es mir sehr gut.